Hey und Willkommen zu einer weiteren Folge einer InfoTime. Ich habe ja wieder ein Minecraft Video gedreht und ich habe ja schon da drin erwähnt, was soll ich machen. Oh, nämlich wenn ich was mache, ich weiß ja nicht, was ich jetzt mit Minecraft noch machen soll. Genauso wie bei Clash of Clans, ihr könnt mir einfach jetzt wieder unten in die Kommentare schreiben, wann ich, also mit welchem Druck mich angreifen soll oder so. Also, ja auf jeden Fall, das was ich nur gesagt habe, es ist jetzt ein bisschen leise, weil wir jetzt, wow, kümmern uns nicht einfach gar nichts, weil wir schon später um 22 Uhr. Und ja, das was ich nur gesagt habe, ich hoffe, ihr schreibt mir was unten in die Kommentare, würde mich sehr freuen, sonst mache ich keine Videos mehr. Und ja, ciao.